Guten Abend, herzlichen Willkommen zur Wochenende Meditation. Heute ist der zweite Tag. Wir versuchen eine Meditation, Erinnerungen an den inneren Engel, zu praktizieren. Wir haben alle ein Schutzgeister, Schutzengel in uns. Sie überwachen uns oder unterstützen uns jederzeit, aber wir nagen dazu, dass wir die Existenz der Engel zu vergessen. Deshalb bei der Meditation, wir versuchen die Existenz der Engel zu spüren. Manche können vielleicht ein Gespräch führen oder Inspiration bekommen, aber mindestens wir sollen unsere Dankbarkeit zu unseren Schutzengeln schenken, damit sie noch mehr, noch stärker uns unterstützen. Diese Meditation ist wirklich schön. Wer sagt, ich bin sehr einsam, aber ihr seid doch nicht einsam, weil wir alle immer mit unseren inneren Engeln zusammen sind. So, viel Spass bei der Meditation. So, schließt bitte sanft die Augen. Und haltet euer Rücken gerade. Euer Rücken wirkt wie ein spiritueller Antennen. Legt euch eure Hände auf dem Oberschenkel. Dann durch die Nase, durch den Mund. Es ist egal, aber tief einatmen, bitte. Atmen Sie durch die Nase oder Mund tief in den Unterbauch ein. Und anschließend ganz tief, langsam hartet ihr dort für eine Zeit den Atem. Und anschließend ganz langsam ausatmen. Langsam einatmen. Ein bisschen Luft halten. Dann wieder ausatmen. Bitte jeder in eigenem Rhythmus. Und dann wieder ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jeder von euch besitzt einen inneren Engel, der euch ständig unterstützt und führt. Welche Erinnerungen, Inspirationen, Ideen oder Gedanken kommen aus einer inneren Quelle, die du als wissend oder spirituell wahrgenommen hast? Reflektiere bitte diese eine Woche. Musik 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 Ihr seid niemals allein, jederzeit in Vergangenheit, euer Schützgeister war immer bei euch. Spüre bitte die Existenz, euer Schützengel und spüre bitte ihre Liebe, ihre Wärme. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Glückwunsch euren Intervent Engel, eure Dankbarkeit. Irenna. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020